Mein Name ist Jens Lang. Ich bin der Erfinder und der Gründer von SlotPack. SlotPack ist eine Weiterentwicklung in der Innenraumorganisation im Auto. Das Hauptanliegen ist, insbesondere auf langen Autofahrten, wie ich die beruflich sehr sehr häufig zu absolvieren habe, das Mitnehmen von Gebrauchsgegenständen, von Alltagsgegenständen auf den Beifahrersitz optimal zu gestalten, ohne dass da ein riesiger Haufen mit irgendwelchen Zeug liegt, in dem man dann nur rumgraben muss und dann doch nicht das findet, was man gerade sucht. Für die Raumaufteilung im SlotPack haben wir uns sehr viel Zeit genommen. Insbesondere das Getränkefach zum Beispiel, das mit den quadratischen Abmaßen 10 cm ausgestattet ist. Von einer Isolierkanne bis hin zu großen Wasserflaschen kann ich da halt wirklich meine Getränke sinnvoll einbauen. Es geht zum Beispiel auch um das Thema Regenschirm. Die meisten Autofahrer haben einen Regenschirm im Kofferraum, aber da hilft da mir nichts, wenn es strömend regnet, weil bis ich zum Kofferraum komme, bin ich schon nass. Oder die gesetzlich vorgeschriebene Warnweste, einfach in Griff Reichweite zu haben, wenn ich aus dem Auto aussteigen muss, war für mich einfach eine sinnvolle Erweiterung. Nebenbei gibt es halt auch noch so Alltagssituationen, die einfach nur wahnsinnig nervig sind. Dass zum Beispiel auch mal bei Sonneneinstrahlung so ein Schokoriegel seine Form verändert oder eben auch mal was ausläuft. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, haben wir das SlotPack mit wasserfestem Material versehen. Es ist einfach abwaschbar, also mit einem feuchten Lappen drüber gehen und es ist nie geschehen. Jeder Mensch, der längere Zeit schon im Auto gesessen hat, der weiß, dass es einfach sehr wahrscheinlich ist, dass mir irgendwas in den Beifahrerfußraum fällt, was da nicht sofort bleiben kann. Das ist entweder das Handy oder eine Trinkflasche, die nicht ordentlich verschlossen war. Also der erste Impuls ist immer, entweder den Teppich oder den Gegenstand zu retten, indem man schnell dahin fasst. Und es ist ein wahnsinniges Verkehrsrisiko. Gemäß einer aktuellen Studie sind heruntergefallene Gegenstände im PKW-Innenraum tatsächlich eine der häufigsten Ursachen für schwere Verkehrsunfälle. Im Gegensatz zu anderen Lösungen, die meistens auf Klettverschluss oder eigene Schlaufen setzen, benutzt das SlotPack tatsächlich die im Fahrzeug vorhandenen Systeme. Im Endeffekt lässt sich das SlotPack perfekt installieren, indem man den Sicherheitsgurt durch die dafür vorgesehenen Schlaufen führt. Die Unterseite ist mit einem rutschhemmenden Vinyl beschichtet. Das heißt, dieses SlotPack wird in den Sitz gedrückt und wird weder in Kurven noch bei Bremsungen die Position verlassen. Das heißt, dieses SlotPack wird in den Sitz gedrückt und wird in den Sitz gedrückt. Das heißt, dieses SlotPack wird in den Sitz gedrückt und wird in den Sitz gedrückt. Das heißt, dieses SlotPack wird in den Sitz gedrückt und wird in den Sitz gedrückt. Das heißt, dieses SlotPack wird in den Sitz gedrückt und wird in den Sitz gedrückt und wird in den Sitz gedrückt.